Heute beim Griechen. Warum gibt es eigentlich keine griechischen Automarken? Das frage ich mich schon seit Jahrzehnten. Ich kann euch sagen, warum die Griechen nicht haben. Weil Grieche, der alles erfindet, exportiert das raus aus seinem Land. Der braucht das nicht. Wer hat den Mini erfunden? War ein Grieche. Wer hat die Popmusik erfunden? War ein Grieche. Hier, George Michael Michaelis, ein griechischer Popstar. Na, weiß kein Mensch. Haben alles wie erfunden. Aber wir exportieren das raus, weil es bringt mehr Kohle. Weil wir hier drin in Griechenland haben kein Geld. Wir nehmen das von den Terroristen.